Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch nach Patch Level 1613, dem 27. April, können wir wieder Jonacy der Erste Aufträge spielen. Und zwar müssen wir bei Tarana, Laura Croft, Rebus Raven, Killer Küken oder Colby Informationen einholen. Und zwar zu, was kommt da, über Ratz einholen. Heißt also, wir müssen Tarana, Laura Croft, Rebus Raven, Killer Küken oder Colby besuchen und mit den entsprechenden NPCs sprechen. Sollte kein Problem sein. So, für die Jonacy der Erste Aufträge seit der aktuellen Woche, Patch Level 1630, müssen wir ja mal wieder mit den altbekannten Charakteren oder NPCs reden. Ich probiere jetzt hier, für erst Laura zu erreichen, gehe dann weiter Richtung Sweaty Scents und versuche noch Rebus Raven zu bekommen. Um mich mit ihr zu unterhalten über Ratz, müssen wir sie ja befragen, die Charaktere. Laura ist da unten, guten Tag. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. So, da wird mit ihr einmal gesprochen, aber weil logisch, dass da jetzt ein Wildschwein gekommen ist, so muss das nehmen wollen, dann nix wie zu Rebus Raven. Den müssen wir auch noch quatschen. So, das ist Feier. Das ist was erzählt, nochmal erzählt, oder? Ja, 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 Auftrag. Gott, erzählt hat's was. Beim Ausstieg aus dem Bus, wenn ich die Challenge fertig habe. So, jetzt ist mit Colby gesprochen. Passiert ihr was? Nochmal? Ja, drei von drei. Das ist also erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen und Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's Gott.